Um zu verstehen, wie KIs lernen, wollen wir uns jetzt mal zusammen ein Beispiel angucken. Stell dir mal vor, du willst eine KI trainieren, die Bilder von Obst bekommt und dir dann zurückgibt, was für eine Obstsorte auf diesem Bild zu sehen ist. Diese KI, die nennen wir dann im Machine Learning ein sogenanntes Modell. Warum Modell? Wir versuchen die Wirklichkeit annähernd genau zu modellieren. Das, was wir in das Modell reingeben, sind die Input-Daten oder der Input. Und das, was rauskommt, ist der Output. In unserem Fall sind das dann Bilder von Obst, das ist der Input. Und der Output ist sozusagen einfach die Meldung, das ist jetzt eine Melone, das ist eine Banane. In dem Beispiel haben wir es jetzt ganz präzise um ein Klassifizierungsproblem. Damit haben wir es zu tun. Da geht es einfach darum, dass wir aus einer endlichen Menge aus Kategorien auswählen, was jetzt die richtige ist. Zum Beispiel Bananen, Äpfel, Erdbeeren, Kirschen. Und im Machine Learning nennen wir diese Kategorien sogenannte Klassen. Gibber ist jetzt folgendes der Fall. Das Modell muss jetzt auf eine Eingabe die richtige Klasse finden und zuordnen. Zum Beispiel, es kommt ein Bild von einer Melone rein und da muss das Modell, wenn es richtig funktioniert natürlich, sagen, das ist eine Melone. Und ein neues Wort kommt noch dazu. Die Eigenschaften dieser Eingabetaten nennt man Features. In unserem Fall ist das ganz unspektakulär. Das sind einfach die Pixel des Bildes, formen sozusagen die Features der Eingabedaten. Zwei andere Beispiele aus der Industrie, die ich sehr spannend finde, ist zum einen die Sentiment Analysis. Das ist einfach ein schlaues Wort. Da geht es darum, in Texten zu erkennen, ob die jetzt positiv oder eher negativ gemeint sind. Zum Beispiel, ich mag dich, ist was anderes als ich hasse dich. Und dann wäre die Sentiment einmal positiv und einmal negativ. Und gerade das im Internet zu erkennen, ist sehr wichtig für Unternehmen. Wir denken hier an Kundenbewertungen. Wir denken hier an Erwähnungen auf Social Media. Und da ein vernünftiges Monitoring darüber zu haben, wie da die Erwähnung und wie die Stimmung ist, ist sehr wichtig für Unternehmen. Und zum anderen auch spannend, gerade Versicherungsunternehmen haben das oft Fraud Detection, also Betrugserkennung. Hier passiert es sehr oft, dass man in riesigen Datensätzen versucht, Anomalien zu finden. Also einzelne Datenpunkte, die so ein bisschen rausstechen, die komisch sind. Und da kann man da ein bisschen weiter nachforschen. So, jetzt wissen wir, wie diese KI-Modelle funktionieren. Aber wie können wir denn so ein Modell trainieren? Wie funktioniert das? Jetzt passiert Folgendes. Am Anfang haben wir ein sehr stupides, randomisiertes Modell. Und was jetzt passiert, was wir reingeben, ist, die Daten, aber auch die richtige Antwort dazu. Also die Lösung sozusagen schon. In unserem Fall wäre das so, dass wir dann die Bilder von den Obstsorten reingeben und schreiben jedes Mal dazu, das ist jetzt Melone, das ist eine Banane. Und im Machine Learning-Sprech nennt man das gelabelte Daten. Das heißt, die Antwort, die richtige Antwort ist schon da. Und das zeigen wir dem Modell ganz oft, sehr oft hintereinander und auch ganz viele Daten davon und hoffen jetzt, dass das Modell das Muster in diesen Daten erkennt. Zum Beispiel, du hast ein Bild von einer Frucht, die lang und gelb ist, dann ist das wahrscheinlich eine Banane. Ist es groß und rund oder oval, dann ist es wahrscheinlich eine Melone. Und diese Muster soll eine KI auf jeden Fall in der Lage sein zu erkennen. Und diese Art zu lernen, die ich jetzt gerade hier angesprochen habe, die nennt man Supervised Learning. Und das ist eine von drei Paradigmen im Machine Learning. Es gibt Supervised Learning. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel Spam Detection. Wir haben ganz viele E-Mails Spam, ganz viele E-Mails kein Spam. Und wir labeln die sozusagen, wir sagen immer, was was ist, geben beides der KI und sie kann aus dieser Supervision, aus sozusagen dem Anlernen, kann sie die Muster erkennen, was jetzt was ist. Zum zweiten haben wir das Unsupervised Learning. Ein ganz klassisches Beispiel ist das Segmentieren von Kundengruppen. Zum Beispiel, man hat ganz viele Kunden und man segmentiert jetzt in große Kaufbereitschaft, kleine Kaufbereitschaft. Diese Gruppe kauft er das, diese Gruppe kauft er das. Und das ist ja auch sehr wichtig für E-Commerce. Und da kommt Unsupervised Learning auf das Spiel. Und das dritte Paradigma, das Reinforcement Learning. Hier geht es darum, dass man keine Trainingsdaten im ganz klassischen Sinne hat, sondern man hat eine kontrollierte Simulation, in dem eine KI immer wieder was macht und aus Fehlern dazu lernt. Ein ganz klassisches Beispiel ist ein Saugroboter, den viele bei uns im Haushalt stehen haben. Da geht es darum, dass der Saugroboter am Anfang sozusagen ausloadet, wo kann er hin, wo kann er nicht hin. Und wenn solche Modelle trainiert werden, dann werden sie entweder belohnt oder bestraft in einer kontrollierten Simulation. So, jetzt fassen wir das Gelernte nochmal in fünf wichtigen Punkten zusammen. Punkt 1. Machine Learning ist ein essentieller Bestandteil unserer Welt und wird es auch bleiben. Punkt 2. Machine Learning Algorithmen lernen, Muster in Daten zu erkennen. Wir nennen diese KIs Modelle und die Eigenschaften der Daten, aus denen sie lernen sollen, nennen wir Features. Punkt 3. Was wir schlussendlich von einer KI möchten, ist aus einer Eingabe eine Ausgabe zu machen. In unserem Beispiel war das ein Obstbild, was wir reingegeben haben und haben die Obstsorte rausbekommen. Punkt 4. Um ein Modell zu trainieren, muss es mit sehr, sehr, sehr vielen Daten gefüttert werden. Punkt 5. Es gibt verschiedene Arten, wie eine KI lernt. Wir haben die wichtigsten angesprochen. Das ist Supervised Learning, Unsupervised Learning und Reinforcement Learning. Und all diese drei Partigmen schauen wir uns in den nächsten Sektionen an. Und jetzt nochmal eine kleine Aufgabe für dich, um das Gelernte in deinem Alltag anzuwenden. Jetzt machst du folgendes. Gehe mal in deinem Kopf die letzten 30 Minuten durch und benenne mir, wo du überall sichtbar oder vielleicht auch unsichtbar mit Machine Learning Modellen interagiert hast. Ich sage dir, ich persönlich würde auf mindestens 10 verschiedene kommen. Und versuche gleichzeitig auch mal zu überlegen, was für diese Modelle jetzt die Eingabe war und was jetzt die Ausgabe war. Schreib es mir gerne mal in die Kommentare, was du erlebt hast.